so zimmer 9 im gasthaus opel in heilersreuth bei bayreuth wir sind da haben das gepäck schon reingestellt wegen den festspielen wegen den richardo agner festspielen der grüne rügel ruft und wir sind gekommen und wir sind seit jahren hier im gasthaus opel hier ein älteres zimmer wir hatten ein paar renovierte zimmer das ist hier ein älteres zimmer und boden in ordnung man kann was essen hier seht ihr mich grüßt euch der blick auf den tagplatz zimmer in ordnung schöne alte lampen hier hängt mein anzug der schrank der flachbildfernseher alles da hier bin ich noch mal hier ist das badezimmer klein dusche alles da die wird in gasthaus opel total nett das essen hausmannskost also wir sind hier eine nacht schauen uns heute haben den holländern und hauen morgen wieder ab für die eine nacht ist es wie immer super ich mache dieses gasthaus herrn und